In diesem Mitklopfvideo möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man mit einer sogenannten Brücke klopft. Zwar können Sie mit der Brücke die Effektivität des Klopfvorgangs noch verstärken, weil durch die Brücke die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander verbunden werden. Und ich möchte Ihnen jetzt in diesem Mitklopfvideo zeigen, wie Sie praktisch vier Klopfdurchgänge miteinander verbinden können, anstatt vier Einzelklopfdurchgänge zu machen. Ich nehme dazu den Satz, ich bin sehr erschöpft. Das ist ein Wunderpunkt. Auch wenn ich sehr erschöpft bin, jetzt sind Sie dran, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich sehr erschöpft bin, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich sehr erschöpft bin, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Augenbraue in. Ich bin sehr erschöpft neben dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter der Nase. Ich bin sehr erschöpft. Auf dem Kinn. Ich bin sehr erschöpft. Am Schlüsselbein. Ich bin sehr erschöpft. Unter Unter dem Arm. Ich bin sehr erschöpft. Am Daumen. Ich bin sehr erschöpft. Am Zeigefinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Mittelfinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Kleinfinger. Ich bin sehr erschöpft. Der Hin- oder Vermutpunkt. Ich bin sehr erschöpft. Handkante. Ich bin sehr erschöpft. Und jetzt klopfen Sie bitte den Gamutpunkt die ganze Zeit. Während jetzt ich hier weiter spreche. Und schließen Sie die Augen bitte und öffnen Sie dann wieder. Dann rollen Sie die Augen in die eine Richtung und sagen dabei. Ich bin sehr erschöpft. Dann rollen Sie die Augen in die andere Richtung und sagen dabei. Ich bin sehr erschöpft. Und Sie klopfen immer noch weiter den Serien- und Gamutpunkt und summen ein paar Takte einer Melodie. Zum Beispiel von Happy Birthday. Dann zählen Sie von 1 bis 5. 1, 2, 3, 4, 5 und summen noch mal. Dann geht es weiter mit dem Klopfen. Augenbrauen. Ich bin sehr erschöpft. Neben dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter der Nase. Ich bin sehr erschöpft. Auf dem Kinn. Ich bin sehr erschöpft. Am Schlüsselbein. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Arm. Ich bin sehr erschöpft. Am Daumen. Ich bin sehr erschöpft. Am Zeigefinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Mittelfinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Kleinfinger. Ich bin sehr erschöpft. Der Serien- und Punkt. Ich bin sehr erschöpft. Und dann die Handkante. Ich bin sehr erschöpft. Jetzt atmen Sie bitte einmal tief ein und aus. Jetzt klopfen Sie weiter. Augenbraue in. Ich bin sehr erschöpft. Neben dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter der Nase. Ich bin sehr erschöpft. Auf dem Kinn. Ich bin sehr erschöpft. Am Schlüsselbein. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Arm. Ich bin sehr erschöpft. Am Daumen. Ich bin sehr erschöpft. Am Zeigefinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Mittelfinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Kleinfinger. Ich bin sehr erschöpft. Serienpunkt. Ich bin sehr erschöpft. Und die Handkante. Ich bin sehr erschöpft. Jetzt klopfen Sie wieder den Kammutpunkt. Schließen die Augen. Öffnen die Augen. Rollen die Augen in die eine Richtung und sagen dabei. Ich bin sehr erschöpft. Rollen die Augen in die andere Richtung und sagen dabei. Ich bin sehr erschöpft. Dann summen Sie wieder. Ein paar Takte. Zählen von 1, 2, 3, 4, 5. Dann summen Sie wieder ein paar Takte. Und Sie klopfen weiter. Augenbrauen in. Ich bin sehr erschöpft. Neben dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Auge. Ich bin sehr erschöpft. Unter der Nase. Ich bin sehr erschöpft. Auf dem Kinn. Ich bin sehr erschöpft. Am Schlüsselbein. Ich bin sehr erschöpft. Unter dem Arm. Ich bin sehr erschöpft. Am Daumen. Ich bin sehr erschöpft. Am Zeigefinger. Ich bin sehr erschöpft. Am Mittelfinger. Ich bin sehr erschöpft. Der kleine Finger. Ich bin sehr erschöpft. Der Serienpunkt. Ich bin sehr erschöpft. Und die Handkante. Ich bin sehr erschöpft. Jetzt atmen Sie bitte einmal tief ein und aus. Das war's. Mehr brauchen Sie am Tag eigentlich nicht zu machen, um zu lernen, besser mit Hochsensibilität umzugehen und Ihr erhöhtes Stresslevel zu senken. Viel Erfolg noch weiterhin beim Klopfen.